Einen wunderschönen guten Dienstagmorgen, lieber Dustin, herzlich willkommen zurück hier zum Market Roundup beim Tesla 24, wie immer Dienstag, 10.05 Uhr. Hallo Christoph. Das war mein Adi, hier zu sein. Herzlich willkommen, herzlich willkommen. So, du hast mir einige Themen mitgebracht, ich bin gespannt auf den Augenblick durch diese Woche. Es passiert ja immer wieder viel Spannendes, auch wenn wir gerade relativ wenig Zahlen, Daten, Fakten so auf Unternehmensebene haben, ist doch irgendwie viel los. Wir starten direkt mal rein. Erster großer Punkt, Zinsschritt Großbritannien. Man kann sagen, ein bisschen überraschend oder auch weniger überraschend werden, wenn wir die Wochen zuvor ja eigentlich weniger das Thema Inflation hatten und schon so die große Hoffnung hatten, ja, wir müssen uns bald nicht mehr mit diesem elendigen Thema rumplagen, war es letzte Woche doch, ja, wieder ein bisschen verstärkt der Fall. Wie gesagt, wir hatten einen großen Zinsschritt in Großbritannien, also eigentlich einen doppelten Zinsschritt, damit hat man nicht unbedingt direkt gerechnet. Da sieht man nochmal, wie sehr, ja, auch diese Nation mit der Inflation zu kämpfen hat und eventuell auch mit den Brexit-Folgen zu kämpfen hat. Ist Großbritannien ja ein bisschen eine Sonderform, also ist es anders, ist diese Zone eine andere als in anderen Ländern oder ist es eigentlich mehr... Ja, man kann schon sagen, dass die Inflation da besonders beharrlich ist oder besonders beharrlich scheint. Jetzt so die Nation mit der höchsten Inflation in Europa und das ist schon ziemlich erstaunlich eigentlich, weil man die sonst ja auch immer ziemlich gut im Griff hatte. Es steht aber so ein bisschen stellvertretend dafür, dass das Thema einfach grundsätzlich noch nicht ad acta gelegt werden kann. Auch Paul hat ja letzte Woche nochmal verstärkt, dass wir, ja, doch nochmal Zinsschritte bekommen könnten. Und, ja, das hat ja der Rally gerade so ein bisschen die Puste genommen, kann man sagen. Wir gucken uns das Ganze direkt nochmal an. Und zwar sehen wir das ja auch im DAX und im DAX-Verlauf. Wir haben ja immer wieder neue Höchststände erreicht. Wirklich zum Verfall dann, ne? Vor großem Verfall, Höchststände und nachdem geht es eigentlich eher leicht bergab. Großer Kampf da auch um die großen Marken, kann man so sagen, während dieses Zeitraums. Aber danach haben wir halt diese kontinuierliche Treppe nach unten gesehen. Und, ja, das lag halt an verschiedenen Faktoren. Zinsen waren ein Thema, Inflation generell war ein Thema. Auch die Wirtschaftsdaten, zumindest zum Ende der letzten Woche aus den USA, waren jetzt nicht mehr ganz so positiv. Wenn wir da auf verschiedene, ja, Wirtschaftsdaten gucken, auf das Vertrauen der Verbraucher und, und, und. Dann gab es da eher so einen Schwung nach unten. Und das könnte sich diese Woche fortsetzen oder auch nicht. Auch diese Woche haben wir wieder ein paar spannende Zahlen. Wie gesagt, in den USA ein ähnliches Bild wie im DAX. Wir haben es auch hier gesehen. Gab es diese kleinen Penümpel nach unten. Das hat gestartet mit FedEx, die ja so ein bisschen vorsichtigen Konsens geliefert haben für, ja, ihr Wachstum oder auch das Gesamtindustriewachstum. Und das hat so ein bisschen natürlich das Momentum gestartet, dass die Aktien da so gepurzelt sind. Weil alle gesagt haben, ja, wenn die schon nichts Gutes aus Logistik-Sicht sehen, dann... Wo alle Warnströme irgendwo durchgehen. Genau, genau. Dann spiegelt sich das irgendwie so ein bisschen durch die Gesamtwirtschaft. Und, ja, das ist am Montag so ein bisschen gestartet. Und man ist auch nicht wirklich wieder rausgekommen im Verlauf der Woche. Es ist jetzt aber auch kein Drama, wie wir gerade eben gesehen haben. Wir hatten halt sehr, sehr gute Wochen hinter uns. Viele fühlen sich jetzt wieder bestätigt und sagen, ah ja, die Rezension, die kommt ja doch. Ich glaube, das ist natürlich schon zu großen Teilen schon so gesehen. Die Frage ist jetzt, wann überkommen wir wirklich diesen Punkt, dass die Zinsen nicht mehr weiter steigen und dass die Inflation wirklich nachhaltig zurückkommt. Wir hatten ja die Sondereffekte, dass die Energie halt deutlich zurückgekommen ist. Und da ist jetzt einfach die Frage, ja, schaffen wir es, diese Schritte weiterzugehen? Bleibt das so, dass es auch sich auf die anderen Sektoren wieder runterspiegelt, auf Lebensmittel, auf Dienstleistungen und, und, und? Dass dort auch einfach die Inflation zurückgeht? Oder bleibt sie beharrlich? Man versteht nicht so ganz, was Powell da eigentlich vorhat, warum man jetzt dann doch diese Pause macht und nochmal wartet. Von der Idee her sagt man eigentlich lieber, mache ich dann erstmal den Schritt und gucke dann, was passiert. Also da ist man so ein bisschen unsicher und das hat sich halt im Markt gezeigt. Ein bisschen extremer ist es tatsächlich noch in Asien. Der Nikkei, der diese unglaublich gute Rallye hatte die letzten Wochen, die wir angesprochen haben, der ist wieder an der Ecke zurückgekommen. Man muss sagen, das Ganze wird natürlich auch extrem durch den günstigen Yen befeuert. Und da muss man halt jetzt gucken, wie das auch mit dem US-Dollar in dem Verlauf zum Yen sich weiternimmt, ob sie sich wieder angleichen, wenn die Zinsen jetzt nicht weiter steigen. In China ist man einfach so ein bisschen pessimistisch, was das weitere zukünftige Wachstum betrifft. Da ist es einfach so, dass man gesehen hat, dass die Zahlen eigentlich oder die Wirtschaftsindikatoren alle so ein bisschen rückläufig sind. Also man ist eher eine Zeit lang von noch über 6% ausgegangen. Jetzt war man bei 6%, jetzt ist man eher so auf 5,5% Wirtschaftswachstum runter. Und wir haben über die letzten Jahre ja deutlich stärkeres eigentlich kontinuierlich gesehen. Und das, obwohl wir jetzt eigentlich aus einer schwächeren Phase hervorkommen, sieht man so ein bisschen, dass die Nation nicht ganz so aus den Puschen kommt, kann man irgendwie sagen. Und auch, dass man so begrenzt eigentlich nur Raum noch für Stimulus hat. Aber da scheiden sich so ein bisschen die Meinungen. Andere sagen auch, im zweiten Halbjahr geht es da noch mal 20% im Gesamtindex nach oben, weil man dann dieses Momentum endlich aufgreifen kann und sich diese ganzen Corona-Maßnahmen mal wieder ins Positive wandeln. Und ja, halt auch der Gesamtwirtschaftsmarkt wieder mehr nachfragt und damit auch China wieder mehr nachgefragt wird. Also das ist so ein bisschen eine Philosophiefrage gerade. Beim Nikkei haben wir gesagt, dieses starke Wachstum gesehen war aber auch sehr stark durch den Yen, den schwachen Yen gefördert, wodurch das Exportwachstum und so auch deutlich natürlich zugenommen hat und aber auch in Yen-Terms quasi dieser Index so stark gestiegen ist. Das kann man so ein bisschen zu den Gesamtmerken sagen. Das heißt, es ist so ein bisschen Ambivalenz im Markt, aber grundsätzlich halt ist noch eine Bewegung da, und das obwohl wir in den Sommermonaten sind. Und zwar ist auch eine Bewegung da in den einzelnen Werten, wenn wir uns auf unsere News der Woche gucken, da sehen wir halt, dass wir auf Gesamtmarktebene vielleicht immer so leichte Schwankungen noch haben, auch wenn Bewegung da ist, aber wie auf den einzelnen Titeln dann doch einiges an Bewegung da ist. Ihr seht es oben, Covestro hatte ja lange Zeit lang keine guten Nachrichten, nachdem man einen sehr, sehr guten Start zum Börsengang hatte. gab es doch viel Auf und Ab und man muss sagen, das ist jetzt auch so eine Nachricht, die eher mal wieder ein positiver Effekt in schlechteren Zeiten ist. Und zwar wurde da eigentlich laut, dass man ein Übernahmeangebot abgelehnt hat in Höhe von 11 Milliarden Euro und da sieht man einfach, dass da der Wert so ein bisschen höher geschätzt wurde oder noch geschätzt wird. Und da ist die Aktie halt um 16 Prozent gestiegen. Also man hat so ein bisschen davon profitiert, dass man das abgelehnt hat. Ein bisschen spannender war es noch bei Carmex, ein US-amerikanischer Großhändler. Der auch eine gute Nachricht in schlechten Zeiten geliefert hat, kann man sagen. Also wir wissen ja, der Gebrauchtwagenmarkt ist deutlich zurückgekommen, nachdem es diese extrem, extrem hohen Preise eine Zeit lang gab, die natürlich das Marktwachstum befeuert haben. Und hier hat man aber gesehen, dass man doch deutlich über den Marktschätzungen lag, trotz dessen, dass der Umsatz um 17 Prozent zurückgegangen ist. Und ja, man versucht so ein bisschen die Kosten in den Griff zu bekommen. Also das, was man eigentlich gerade bei den großen Konzernen sieht, dass man Kosten senkt und damit so seine Prognosen erhöht. Ähnliches ist halt auch hier passiert und ja, das hat die Aktie um 10 Prozent befeuert. Schlechter lief es da bei Lanxess, da war es nämlich genau umgekehrt. Da musste man die Erwartungen jetzt final nochmal deutlich nach unten korrigieren. Man sieht einfach, dass die Nachfrage nicht hoch genug ist nach den Produkten in dem aktuellen Jahr. Und man eigentlich auch nicht hofft, dass man es jetzt in der zweiten Jahreshälfte nochmal wieder herausbekommt. Und somit hat man das EBITDA, also eine Gewinnkennzahl mehr oder weniger, deutlich nach unten korrigiert. Und man liegt jetzt eigentlich deutlich unter den Marktbewegungen. Und ja, das hat die Aktie dann am Ende auch um 20 Prozent nach unten gezogen, weil einfach die aktuellen Bewertungen dahingehend angepasst werden mussten. Und extremer war es noch, das haben bestimmt viele mitbekommen bei Siemens Energy. Da gab es ja schon immer wieder Probleme, auch mit Siemens Gamesa, also Windturbinen-Geschäft. Und da denkt sich der eine oder andere, ja, das ist doch eigentlich die Zukunft. Das ist ja das neue Geschäft, das ist ja das nachhaltige Geschäft. Das mag vielleicht auch stimmen, aber man muss sagen, da gibt es halt ein paar Firmen, die sich in einem extrem harten Preiskampf liefern. Wir haben das bei uns in der Investmentwerkstatt ja schon mal intensiver besprochen. Und da sieht man einfach ganz genau, dass man eigentlich kaum Margen auf den Produkten hat, weil man so sehr mit der Entwicklung kämpft, mit den Produktionskosten kämpft und mit anderen Unternehmen kämpft. Ja, und mit Materialkosten, auch die sehr materialnessives Business. Wir hatten, glaube ich, damals Nordex in der Investmentwerkstatt. Nordex war auch an sich super Umsetzer als möglich, aber ganz dünne Margen waren das. Und wahrscheinlich hier das gleiche Problem. Ja, genau. Und das hat jetzt Siemens schon länger mal runtergezogen. Also Gamesa ist ja so die Tochter von Siemens Energy und ja, diesmal wieder. Und jetzt hat man so ein bisschen die Vermutung, dass eventuell viele dieser Winterminen gar nicht funktionieren, irgendwie angepasst werden müssen, repariert werden müssen und, und, und. Und ja, das könnte eine Milliarde Euro an Kosten verursachen. Jetzt muss man sagen, ist Siemens Energy kein riesiger Konzern. Das ist natürlich groß. Man hat ungefähr eigentlich mal so, ja, 10, 15 Milliarden Marktkapitalisierung. Man schwankt da immer so zwischendurch. Und ja, das muss man jetzt einfach einpreisen in diesem Plan und ist deshalb um 34 Prozent die Aktie nach unten gegangen. Und ja, hat so den Gesamtkonzern eigentlich mit nach unten gezogen. Kann man grundsätzlich sagen, dass die aktuellen Zeiten immer, also gerade wenn jetzt so daneben auch berichten, doch für mehr Überraschungen gut sind als sonst, kann man das so schlussfolgern. Weil mir kommen halt diese minus 30, minus 20, plus 10, plus 16. Also das habe ich auch schon ein andermal klar erlebt. Es gibt immer auch viele Überraschungen. Aber zurzeit habe ich das Gefühl, es häuft sich so ein bisschen. Dass dann doch, klar, viele Unternehmen haben ihre Erwartungen ja auch schon zurückgeschraubt. Manche performen dann doch noch besser, als man denkt. Dann gibt es einen großen Sprung nach oben. Manche noch viel schlechter, als sie dachten. Oder noch neue Effekte kommen dazu. Und dann gibt es solche großen Sprünge. Ja, das passiert halt öfters in Marktphasen. Da sehen wir es öfter, wenn man stärker auf Gewinne achtet. Und wenn Gewinne dann wegbrechen, dann sieht man halt auch sehr stark oder sehr oft sehr starke Bewegungen. Das ist ein bisschen was anderes, wenn wir so im Wachstumsmarkt wie vor ein, zwei Jahren waren, kann man sagen. Oder letzten zehn Jahre. Ja, dann ist es halt eher so, dass man darauf achtet, okay, man wächst vielleicht langsamer als der andere. Aber die Gewinne werden nicht ganz so sehr ins Auge gefasst. Aber wenn man doch sehr stark auf diese Gewinne achtet. Und dann in Kombination natürlich zum Wachstum. Wenn dann was einbricht, dann ändert es sehr schnell was an aktuellen Valuationen und damit auch an den Kursbewegungen. Ja, das Einzige, was dann hilft, ist eine gute Diversifikation. Ich glaube, das ist eine gute Überleitung zum Mitgliederdepot. Genau, so ist es. Wir kaufen hier immer wieder Titel ein, die wir quasi gut finden oder die ihr gut findet, die wir hier mal vorstellen. Das sammeln wir hier so ein bisschen in diesem Depot. Und ich habe letzte Woche schon mal gesagt, hier darf man nicht vergessen, Dividenden werden hier nicht mitgezählt. Nichtsdestotrotz gucken wir natürlich nochmal rein. Und wir sehen, das Depot ist immer noch im Plus, was wir hier uns zusammengebaut haben. Also man kann ja sagen, wir haben ja so die ersten Titel so im Oktober, November letzten Jahres hier in diesem Depot gekauft. Und ja, auch hier zeigt sich so ein ähnliches Bild, dass auch die großen Konzerne, so wie Meta, hier eigentlich zu einem Großteil auch von diesem positiven Effekt profitiert haben, den wir gesehen haben. Aber auch, wie gesagt, diese japanischen Konzerne, wo wir noch so ein bisschen auf eine neue Wendung hoffen, ist natürlich bei Biontech. Dann braucht man jetzt mal wieder positive Forschungsergebnisse, damit es dort bergauf geht. Bonovia wartet auf höhere Zinsen und niedrigere Zinsen. Genau, niedrigere Zinsen. Und ja, das ist eigentlich so das, was dieses Depot, kann man sagen, mehr oder weniger bewegt gerade. Wir haben so ein All-Time-Favorites hier teilweise, wie bei ProSieben, Sat.1, die deutlich zurückgekommen sind eigentlich und trotzdem hier noch zu einem ganz guten Zeitpunkt vor uns erwischt wurden. Ja, Carrier Global haben wir zufällig auch an der richtigen Stelle gepickt. Genau. Mal sehen, wie es in fünf Jahren aussieht. Genau, mal gucken. Wie es in fünf Jahren aussieht, genau. Wir gucken uns heute, und ich habe es gerade eben ja schon geschrieben, süße Systemgastronomie an. Und der eine oder andere wird bestimmt wissen, was wir damit meinen. Und wir gucken uns heute mal The Cheesecake Factory an. Ein Unternehmen, was vielen vielleicht gar nicht so ein Begriff ist, aber man es doch irgendwie schon mal gesehen hat, aber vielleicht gar nicht mal so einem großen Unternehmen zugeordnet hat. Und zwar ist The Cheesecake Factory, kann man sagen, eine süße Variante der Systemgastronomie. Man muss sagen, da gibt es jetzt nicht nur das, was hier steht, also nicht nur Cheesecakes, sondern es gibt auch allerlei andere Sachen, die man dort essen kann. Bei dich als Kuchenfreund spricht ich das erstmal an. Genau, genau, genau. Also grundsätzlich Cheesecake, wer den dort noch nicht gegessen hat, sollte man mal probieren. Ich fand, das ist eine sehr positive Erfahrung. Gibt es da in Deutschland relativ viele Filialen? Kann man das irgendwo in Deutschland auch, ist das im Reinen USA oder auf anderen Ländern bezogen? Genau, also der Großteil dieses Geschäftes ist in den USA, 318 Restaurants sind in den USA, ist der Großteil unter wirklich dem The Cheesecake Factory Namen. Es gibt noch North Italia, Flower Child, aber man versucht sich gerade so ein bisschen breiter aufzustellen. Das ist aber so der Kern, kann man sagen, das ist eigentlich dadurch entstanden, dass mal in einer kleinen Art und Weise diese Cheesecakes gebacken wurden aus einer Familie. Das ist schon ein traditionsreiches Unternehmen, kann man sagen, aus den 70ern. Und das war sehr, sehr beliebt in der Nachbarschaft und irgendwann hat der Sohn mal gedacht, hey, das ist so beliebt und so spannend, lass uns daraus doch mal ein größeres Geschäft machen. Er hat daraufhin das erste Restaurant gegründet und hier muss man sagen, Cheesecake Factory ist jetzt nicht ganz so wie McDonalds. Also man hat nicht das Gefühl, dass man eigentlich jetzt in einem richtigen Fastfood-Restaurant ist, sondern es ist eigentlich ein richtiges Restaurant mit normaler Bedienung und, und, und. Und meistens auch sehr voll, wenn man mal versucht hat, dort zu essen, dann muss man sehr oft sehr, sehr warten. Dann kriegt man so einen Pieper in die Hand gedrückt und kann dann erwarten, dass man dort mal reinkommt. Aber das ist quasi so die Idee des Restaurants. Das heißt, man hat wirklich mit diesen Cheesecakes angefangen und hat dann immer weiter diversifiziert. Damals aus den Beverly Hills raus nach ganz USA und dieses Geschäft weiter aufgebaut. Und mittlerweile gibt es halt ganz viel von Frühstück, Lunch, Dinner und, und, und in diesen Restaurants. Sind alle gleich aufgebaut, haben alle den gleichen Stil und das liegt auch unter anderem daran, dass alle Restaurants wirklich dem Unternehmen gehören. Zumindest, wenn wir in Nordamerika unseren Fokus, oder auf Nordamerika unseren Fokus richten. Und das ist dadurch ein bisschen anders zu McDonalds oder Burger King oder vielen anderen Unternehmen, die wir uns hier schon mal angeguckt haben im Vergleich. Bei denen ist es sehr oft, dass man dieses Franchise-System hat. Das heißt, man erstellt eigentlich nur die Konzepte und vergibt sie weiter an andere Unternehmen, die das Ganze dann umsetzen. Das ist ein Konzept, was nicht verfolgt wird von Cheesecake Factory, sondern dort ist es halt wirklich so, dass man die Unternehmen selbst betreibt. Und auch die Gebäude eigentlich selber besitzt, nur die Grundstücke, die sind noch gemietet, kann man sagen. Und ich bin gespannt, was du gleich dazu erzählst. Ich bin in den Titel investiert, möchte ich hier gleich auch sagen. Schon seit anderthalb Jahren, glaube ich. Schon relativ lange dabei, ist auch ein Dividendentitel, deswegen gehört er in mein Depot rein. Und das ist bei mir eine der Player, die eben in diesem Nahrungsmittelbereich und Konsumberbereich drin ist. Genau, es ist quasi eine Restaurantkette, die halt nicht ganz so wirklich Fast Food ist, aber trotzdem auf Masse ausgerichtet ist mit dem gleichen System. Wie gesagt, in den USA nur mit eigenen Restaurants. Es gibt außerhalb, und das ist gerade so ein bisschen der Schritt, den man gegangen ist, ein Lizenzgeschäft, also kein Franchise-System. Man kann sich jetzt nicht als private Person bewerben, sondern ein Lizenzgeschäft, was dann bestimmte größere Unternehmen vergeben wird. Und da ist man jetzt quasi die ersten Schritte gegangen. Das ist man gestartet mit einem Restaurant in der Dubai Mall. Wer das vielleicht kennt, der weiß, da ist ein ziemlich großes Restaurant drin von The Cheesecake Factory. Und das war so der erste Schritt nach draußen. Jetzt gibt es auch Restaurants in Peking, in Shanghai, also so in den ganzen großen, großen Metropolen. Da gibt es jetzt auch quasi internationale Restaurants. Die sind dann meistens lizenziert und das ist vielleicht auch so ein Schritt für die Zukunft, dass man sich schon mal so ein bisschen im Hinterkopf behalten könnte. Dass man da vielleicht doch versucht, zumindest diese Internationalisierung mit einem etwas leichteren Kapitalmodell voranzutreffen. Wir gucken aber mal in die Zahlen und sprechen gleich nochmal ein bisschen weiter drüber. Wie gesagt, 1972 gegründet, 47.500 Mitarbeiter, also ein ganz schön großer Lad, 3,3% Dividende zahlt man ungefähr. Also ist eigentlich ein Dividendenunternehmen unter anderem auch und 1,73 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung aktuell. Das heißt, ein größeres, aber kein riesiges Unternehmen. Dafür insbesondere, dass man 3,3 Milliarden Dollar Umsatz macht. Man sieht hier aber auch, was so aktuell das Problem war. Insbesondere natürlich über die Zeit von Corona hat man doch gemerkt, dass weniger Besuch da ist. Weil man hat halt nicht nur so klassisches Geschäft wie vielleicht bei McDonalds, wo man sagt, das ging noch irgendwie über den McDrive oder andere Art und Weise. Sondern da ist es schon ein bisschen richtig schwieriger, in Corona-Zeiten Leute in den Laden zu bekommen, weil wir halt Beschränkungen hatten und man ein richtiges Restaurant betreibt. Aber man sieht es auch hier, man ist noch nicht so ganz rausgekommen im letzten Geschäftsjahr, dass man wieder sehr, sehr profitabel ist, sondern man kämpft so mit dieser 1% Profitmarge gerade. Und da sieht man auch, dass es doch zurückgegangen ist, insbesondere auch zum Jahr 2021. Und das ist insbesondere auch auf steigende Kosten zurückzuführen. Das heißt, man hat zwar ein Umsatzwachstum hier von 13% geschafft, man hat auch weiter Restaurants eröffnet. Aber ja, die Kosten für Lebensmittel, die sind halt explodiert. Und das hat man gesehen, da man hier natürlich auch teilweise sehr hochwertigere Lebensmittel verarbeitet. Und die haben eigentlich die Margen aufgefressen. Man sieht es bei der Grossmarge, die ist zurückgegangen um 2% und auch die Profitmargen gehen zurück. Und wir wissen, dass bei so nicht allzu hochmargigen Geschäfts, da ist es oftmals doch schon signifikant, wenn die Margen so ein bisschen zurückgehen. Aber ja, ein bisschen besser ist es gleich gelaufen im nächsten Quartal. Das gucken wir uns gleich nochmal an. Trotzdem ist die Grossmarge jetzt ja grundsätzlich nicht schlecht mit 40% im Lebensmittelbereich. Man sieht aber, dass natürlich von Grossmarge zu Profitmarge offensichtlich das Umsatzwachstum noch ganz schön hart erkauft ist. Genau, genau. Das ist so, weil man halt viel expandiert, viel kauft. Man hat neue Umsatzkosten. Wir wissen, es ist auch nicht ganz so einfach, Personal neu zu bekommen. In Amerika muss man auch da sehr um Personal, insbesondere auch für die Gastronomie kämpfen. Wenn ich das hier mal aufklappe, dann sieht man aber, dass zum einen die Dividende ein ziemlich signifikanter Punkt ist. Auf der anderen Seite aber man auch seit einer etwas längeren Zeit wirklich in so einer gewissen Range schwankt. Mal nach oben, mal nach unten und eigentlich mal so ein bisschen darauf wartet, dass das Ganze ein Momentum in eine gewisse Richtung zeigt. Wie bin ich überhaupt darauf gekommen? Ich war selber, wie gesagt, bei The Cheesecake Factory, als ich im Urlaub war und dachte mir, das ist ja mal wieder ein ganz spannendes Unternehmen, weil es auch ein kleineres Unternehmen ist. Aber man hat auch gesehen, dass im ersten Quartal halt man da wieder ein deutlich positiveres Momentum bekommen hat, als es jetzt im letzten Geschäftsjahr der Fall war. Da konnte man den Umsatz mal überproportional steigern zu den Kosten. Also der Umsatz ist da um 9% gestiegen, während die Kosten um 7% nachgezogen sind. Und das hofft man natürlich jetzt so ein bisschen weiter voranziehen zu können und auch über den gestiegenen Umsatz und die niedrigeren Kosten jetzt wieder langfristiger Gewinne zu erwirtschaften. Weil wir sehen hier unten, wir haben KGV von 35 und wir werden gleich sehen, dass das doch ziemlich hoch ist, auch für das Unternehmen gerade. Und das liegt ja wie so oft daran, dass man wirklich gerade damit kämpft, überhaupt diesen Umsatz zu erzielen. Das ist so ein bisschen zu dem Grundsatz The Cheesecake Factory. Wir gucken nochmal in die Vor- und Nachteile. Es ist eigentlich ein Traditionsunternehmen und grenzt sich halt dadurch ab, dass man wirklich Restaurants richtig hat zu anderen Systemgastronomien. Und man grenzt sich dadurch ab, dass man halt wirklich viele Unternehmen selbst führt. Das sagt zum einen, hat man dadurch viel Kontrolle über die Unternehmen oder über die Restaurants. Man weiß, was passiert, man kann die Kundenzufriedenheit weiter hochhalten. Andererseits ist es natürlich so, dass man sehr viel Kapital braucht, um zu expandieren. Das heißt, wenn man immer eigene Restaurants kaufen muss, die selber aufbauen muss, dann kostet das natürlich sehr, sehr viel Kapital, diese komplett auszustatten. Da könnte man jetzt mit einem Franchise-System vielleicht besser agieren. Deswegen ist das Lizenzgeschäft, und das sieht man hier unten auch so auf der Pro-Seite, vielleicht ein Schritt, dass man in der Zukunft mal so ein bisschen expandieren kann, zumindest mit bestimmten Unternehmen, dass man nicht immer gesamt das Kapital aufbringen muss für die Finanzierung. Denn das ist auch so ein bisschen der erste Punkt des Kontrapunkts. Man muss sagen, wir haben natürlich gestiegene Kosten der Finanzierung. Das heißt, es wird immer teurer, Kapital gerade aufzunehmen. Wir haben höhere Zinsen, und damit ist auch natürlich eine weitere Expansion teurer. Das muss man sich ein bisschen besser erkaufen. Und deshalb ist auch, wie gesagt, hier die Hoffnung, dass man auf dieses etwas leichtere System nach und nach auch nochmal umsteigt. Man sieht außerdem aber, dass man ein positives Momentum hat, zumindest zuvor Corona zeigt. Der Umsatz ist jetzt drüber gestiegen, insbesondere auch im Vergleich zu 2019. Versucht man jetzt mit diesem Momentum nach oben zu ziehen. Und man muss sagen, dass man eigentlich dadurch auch hofft, dass man diesen Gewinn jetzt weiter voranziehen kann. Denn man hat eigentlich so eine ziemlich konstante Historie, auch was die Dividende betrifft. Und wenn die Gewinne wieder nachhaltiger sind, dann hofft man natürlich auch, dass man die Dividenden nachhaltiger zahlen kann. Und ich habe das mal hier so ein bisschen skizziert in dieser Grafik. Also hier sehen wir das KGV historisch von The Cheesecake Factory. Wir sehen es so 2017. Es ist so zwischen 10 und 15 gewesen. Dann ist es mal wieder nach oben gegangen. Also das war eigentlich ein positives Momentum des Marktes oder beziehungsweise auch des Unternehmens, weil man Expansionen gesehen hat. Und dann sieht man diese Delle, die wir hier in Corona hatten. Also da hatten wir halt Verluste, dementsprechend ein negatives KGV. Und das ist dann, wie wir es so oft sehen, nach oben geschnellt, weil man eine Erholung gesehen hat bei ähnlich bleibendem Kurs, wie wir es gerade eben gesehen haben. Aber diese Erholung halt noch nicht vollständig abgeschlossen war und wir noch niedriger Gewinne als zuvor hatten. Das ist auch gerade hier das Problem. Und in dieser orangen Linie habe ich jetzt gerade mal skizziert, wie es aussehen würde, wenn wir den Quartalsgewinn wirklich durch alle vier zukommenden Quartale weiter durchziehen könnten. Dann würde man nämlich rapid sehen, dass das KGV wieder runter auf um die zwölf gehen würde und damit auch wieder bei gleichem Kurs ungefähr auf dem Schnitt wie vor dieser ganzen Expansion eigentlich stehen würde beziehungsweise vor dieser Zeit in 2017 stehen würde oder noch leicht tiefer. Und damit sieht man eigentlich, dass man theoretisch ein positives Momentum erzeugen kann, wenn man diesen Gewinn jetzt eigentlich nur weiterführen würde. Und man möchte natürlich aber das weiter ausbauen und auch da weiter profitabel bleiben. Ja, es gibt also, wenn man jetzt mal den aktuellen Kursverlauf anschaut von Cheesecake Factory, dann könnte man jetzt einfach vermuten, okay, das bleibt erstmal so in dieser Range, wird wieder ein bisschen nach oben, ein bisschen nach unten wieder ausschlagen. Es gibt aktuell ein bisschen mehr als 3% Dividendrendite. Und je nachdem, ob da noch Wachstum entsteht, steht vielleicht auch wieder ein bisschen Kursmenü nach oben. Aber von der Bewertung her sagst du letztlich, wenn wir die Quartale jetzt sofort schreiben, das Jahr so abschließen, kommen wir eigentlich wieder auf eine durchschnittliche Bewertung, die vorher auch da war, beim aktuellen Kurs wohlgemerkt, dass zumindest aus meiner Interpretation, ich bin ja auch investiert, vielleicht habe ich auch die rosa Brote Brille auf, zumindest kursstabilisierend wirken sollte und jetzt nicht dazu führt, dass dieser Titel deutlich sinkt. Genau, man muss sagen, es soll dazu führen eigentlich, dass wir trotz all dem, was passiert ist in der Zwischenzeit, noch eine Bewertung haben von ungefähr 2017, 2019, wenn man das KGV dann betrachtet, wenn man das weiter durchziehen könnte. Man muss sagen, dass aber in der Zwischenzeit auch ziemlich viel passiert ist. Also wir haben 2019 diese großen Übernahmen getätigt, die ich gerade eben angesprochen habe. Wir haben Flower Child gekauft, North Italia, Fox Restaurants. Also wir sind da deutlich in Übernahmen tätig und die machen mittlerweile 25% des Umsatzes aus. Also man möchte hier schon expandieren und weiter wachsen. Und natürlich stellt sich noch die große Frage, kriegt man das mit den Kosten wirklich nachhaltig in den Griff? Hier soll einfach mal wirklich skizziert sein, was ist, wenn es jetzt einfach so wäre, wie man es im ersten Quartal geschafft hat für die Zukunft? Und dann sieht man halt, dass man sehr schnell wieder auf KGVs sind, die eigentlich unterhalb der Branche liegen. Also wenn wir uns jetzt McDonalds und, und, und an, die natürlich ein bisschen ein anderes System haben, höhere Margen, anders aufgestellt sind, sieht man aber, dass wir ja da vielleicht eher bei 30% liegen. Und gerade, wenn wir das weiter vorspinnen würden, hier so bei ungefähr 12, 15% liegen, mit gerechneten aktuellen Quartalsgewinnen. Also wie immer eine große Frage, wie wird die Zukunft? Aber wird die Zukunft vielleicht wieder so sein, wie man es vorher geschafft hat? Dann ist das zumindest eine Richtung, die man sich mal angucken könnte. Es ist, glaube ich, spannend für Leute, die generell auf der Suche noch mal Dividendenzahler sind, die potenziell noch deutliches Wachstumspotenzial haben, weil sie halt noch nicht ganz so bekannt sind. Die aber vielleicht auch nach kleineren Unternehmen gucken, die sollten sich das Ganze vielleicht mal genauer angucken. Ich glaube, wir werden das auch mal tun. Hast du selber investiert da irgendwo? Ich bin noch nicht investiert, aber ich habe das Unternehmen jetzt auf meiner Watchlist, weil ich es dann doch spannend finde. Und ich werde jetzt mal genau beobachten, wie es jetzt sich in den nächsten Quartalen entwickelt. Das ist ja bei um die 32 Dollar. Das heißt, ich habe da auch Putzlauben, also Cash-Ticket-Putz deutlich unterhalb vom Kurs, so bei 25 ungefähr. Dann einfach mal transparent, was meine Strategie da gerade ist, wenn wir vielleicht noch mal günstiger reinkommen. Genau, ich glaube, man muss da einfach gucken, wie es sich entwickelt, ob man daran glaubt, ob man an die Expansion glaubt. Man muss vielleicht auch mal in so ein Restaurant gehen, wenn man die Möglichkeit hat, sich das mal anzugucken, ob man das überhaupt als System spannend findet. Wie gesagt, 3,3 Prozent Dividende ist jetzt auch nicht so wenig. Ist auch mal nicht ganz so stabil, wurde in Corona-Zeiten mal weggelassen, auch mal ein bisschen gekürzt, aber trotz dessen eigentlich immer gezahlt. Und ja, ist deswegen eigentlich ein ganz spannender Kandidat, um es mal anzugucken, wenn man so ein Mix vielleicht aus Dividende und Wachstumspotenzial sich macht. Ja, und wenn man noch überhaupt in dem Bereich nach Ernährung, Supermärkte, Gastronomie und so weiter auch noch Titel sucht für sein Portfolio. Wir sind ja meistens zu tech-lastig unterwegs. Genau. Das kurz zur süßen Systemgastronomie. Es steht die Woche noch ein bisschen was an. Wie gesagt, wir sind ja wirklich jetzt am Ende der Quartalssaison. Manchester United kennt, glaube ich, jeder. Jeffries ist ein Analysehaus. Walgreens hatten wir ja auch hier kurz mal angesprochen in unseren Minin-Analysen hier im Market Roundup. Da geht es um Apotheken, Apothekenketten in den USA. Ja, wir haben General Mills, Micron als Massenchip-Hersteller. Auch ganz spannend. Paychecks, Nike. Also es ist noch ein bisschen was los. Und ja, es geht ja dann auch bald wieder mit den nächsten Saisons los. Also ich habe es jetzt mal angesprochen, Mitte Juli fängt es dann wieder an. JP Morgan und die ganze große Reihe an Banken, die werden wieder dann mit den nächsten Quartalszahlen starten. Und ja, wir werden nächste Woche ja auch mal einen Rückblick auf die jetzigen Werfenden in unserem Depot hier und da nochmal durchgehen. Was ist eigentlich so passiert an den Werken? Ich habe es aber schon angesprochen, auch die Woche wird es noch spannend, was so die einzelnen Zahlen betrifft, die Wirtschaftszahlen. Wir haben Verbrauchervertrauen im Juni in den USA. Das steht im Fokus. Da erhofft man sich so ein bisschen besseres Verbrauchervertrauen. Aber wir haben dann insbesondere auch Inflationsraten aus Deutschland im Juni. Da erwartet man ja, dass es leicht bergauf geht, weil wir so einen sehr starken negativen Effekt hatten auf die Inflation durch die Energie. Und das wird vielleicht sich nicht so durchziehen, wird aber weiter spannend bleiben. Bruttoinlandsprodukte in den USA und die Arbeitslosenquote in Deutschland ist auch immer wieder ganz spannend, auch wenn sie doch sehr beharrlich bei ihren um die 5% dort bleibt. Wir haben diese Woche auch noch so ein bisschen was vor. Teil 10 findet am Donnerstag statt. Fragen, Antworten, Teil in unserem Basiskurs. Und nächste Woche, ich habe es angesprochen, haben wir den Rückblick aufs Depot und die Quartalszahlen. Christoph. Nächste Investmentwerkstatt. Ich bin gespannt, wie sich das Depot entwickelt hat. Ich weiß, dass es sich gut entwickelt hat. Wir haben eine gute Marktphase auch aktuell. Spannend wird es aber auch noch. Die Details Richtung Dividenden. Anleihen sind auch ausgelaufen jetzt. Müssen wir auch schauen, was wir jetzt mit den ganzen Cash noch machen. Wo da so ein bisschen die Reise hingeht im Aktiendepot. Aber ja, einiges vor den nächsten zwei Wochen. Genau so ist es. Hans hatte noch gefragt, was halten wir von den Neuemissionen Wasserstoppaktien jetzt von ThyssenKrupp. Da gab es jetzt die ersten Ideen, wie hoch das Ganze bewertet werden soll. Die neue Bewertung liegt so ein bisschen unter dem, was geschätzt wurde. Also man ist so ein bisschen tiefer als das, was man eigentlich angedacht hatte. Nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, eine ganz spannende Ausgliederung, die man auch mal weiterverfolgen sollte. Wasserstoffaktien sind ja generell immer so ein heißes Thema, habe ich das Gefühl. Sind aber oftmals sehr, sehr niedrig bewertet, weil man da eigentlich auf den Player hofft, der vielleicht mal den Durchbruch schafft oder auch der Zulieferer ist. Spannend ist es auch bei den großen Unternehmen. Die haben oftmals auch große, große Wasserstoffsparten. So als Alternativzweig oder als zusätzlicher Zweig zu der ganzen Elektrovariante, kann man sagen. Glaube ich, ganz spannend zu verfolgen. Die Neuemissionen, ich bin mal gespannt, was die wirklich für eine Bewertung dann erreichen werden. Genau, ansonsten ist es immer schwierig, natürlich bei Neuemissionen, wenn man vorher die Zahlen noch nicht kennt, noch keine Historie hat, noch nicht weiß, was dahinter steckt. Das ist dann immer schwierig zu beurteilen. IPOs sind immer ein Risiko, absolut, absolut. Also da muss man schon genau hinkommen. Gut, danke, Christoph. Ich würde sagen, wenn keine weiteren Fragen sind, vielen Dank. Vielen Dank. Dann müssen wir noch fragen, ob wir Cheesecake Factory kaufen oder nicht? Stimmt, müssen wir noch fragen, kaufen wir Cheesecake Factory oder nicht? Macht die Umfrage gleich noch auf, dann könnt ihr ja noch die nächsten Minuten abstimmen. Dann machen wir sie nachher wieder zu. Ihr seht ja dann das Ergebnis und dann können wir gucken, ob wir das nächste Woche mit im Depot haben. Genau so ist es. In jedem Sinne, dann bis gleich und gleich und ciao, 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 ciao.